Hallo, 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 hallo und herzlich willkommen zu einer reichen Folge von Pokémon The Trading Card Game Online oder auch Sammelkarten Spiel Online auf Deutsch. Ich bin ein bisschen in der Zwicklage, ich wollte dieses Video schon viel früher aufnehmen, aber Leute, richtig quank, ich habe ja erst zwei Folgen von diesem Spiel aufgenommen und ich habe nicht wirklich krasse Sachen gemacht und trotzdem hat mir der Epic Gamer oder der Epic Nagato, wie er bei Instagram heißt, der hat mir einfach fast 30 Codes gescheckt für dieses Spiel, auch neuere Codes. Und YoloKing hat mir dazu auch noch fünf Codes geschickt, die er irgendwie zu Weihnachten bekommen hatte und ich habe die jetzt schon alle geöffnet. Ich fühle mich aber jetzt schlecht, weil ich sie geöffnet habe, weil der Epic Gamer hatte vor einer Woche nochmal geschrieben, ey, wo kommt denn noch ein Pokémon The Trading Card Game? Du hast da noch ein paar Booster zu öffnen und da habe ich richtig schlecht gefühlt, dass ich sie schon geöffnet hatte, um das in einem Video zu zeigen. Deswegen jetzt meine öffentliche Entschuldigung an dich, also danke, dass du mir die gegeben hast, was sowieso schon viel zu quank war, aber ich habe in der letzten Folge gesehen, wo ich ja dieses Booster aufmachend gemacht habe, dass 70% der Zuschauer, die dieses Video gesehen haben, einfach diesen Boost Opening Part übersprungen haben. Klar, für dich wäre das jetzt vielleicht interessant gewesen, aber ich zeige dir trotzdem, welche Karte ich bekommen habe, ja, ohne die Booster zu öffnen. Wir gehen hier in die Seltenheit, die höchste Seltenheit, weil da sind, glaube ich, die krassen, die man sehen möchte. So, in den Booster Facts, die du mir geschickt hattest, war hier Monte Carbo, den habe ich auch in meinen Deck gepackt. Ich gehe da einfach nur mal schnell durch, hier seht ihr ja, Lugia war drin, Fiaro, V, also eigentlich hier alle. Despota war auch drin, Despota würde ich sogar in meinen Deck tun. Ich zeige euch mein neues Deck gleich nochmal, weil das ist eigentlich auch so Steinwasser mein Deck, da wird Despota richtig gut reinpassen, aber ich habe Pupita leider noch nicht. Von dem her, ein bisschen schade, aber sobald ich Pupita habe, kommt Despota bestimmt auch noch rein. Dann Rehornior ist auch neu, Darkrai auch, den habe ich sogar in echt, diese Darkrai-Karte, weil ich sie so hübsch fand. Ja, ja, Endenalus war dann von dem Yolo-King und ihr seht ja, was hier ist. Ihr könnt mir ja sagen, ob da irgendwas Tolles bei ist oder nicht. Und hier Evoli fand ich auch cool. Ich wollte ja auch ein Evoli-Deck machen. Ey, ihr habt richtig krasse Kommentare geschrieben in der letzten Folge, die jetzt halt auch schon ein bisschen länger her sind. Es tut mir wirklich leid, dass ich da jetzt so lange kein Video mehr gemacht habe. Pupita war es auch richtig cool, aber auch sehr, sehr schwach, somehow. Und da habt ihr mir ein paar Vorschläge gegeben, was ich dann so bauen könnte. Mew2Mew ist auch richtig heftig. Die soll irgendwie bei Ebay 6 Euro wert sein und die will auch irgendwie jeder haben in diesem Trading hier, wenn man tauschen will. Ich habe leider noch gar keine Verwendung für den gefunden. Aber an sich, sein Effekt ist halt auch mega krass. Der kann einfach jede Attacke machen von einem GX- oder EX-Pokémon in deinem Ablagestapel. Ist schon heftig. Das werde ich bestimmt irgendwann auch nochmal benutzen. Das ist, glaube ich, die heftigste Karte, die ich gezogen habe. Was ich jetzt so auf die Schnelle rausbekommen habe. Und hier Giratina habe ich auch zweimal bekommen. Einmal die. Und irgendwo hier hinten war nochmal Giratina. Da ist das zweite Giratina. Giratina ist ja mein Lieblings-Pokémon. Deswegen fand ich das richtig cool, dass ich den auch zweimal hatte. Aber ja, das war dann so erstmal, was da so Tolles drin war. Können ja mal sagen, ob da irgendwas richtig krasses bei war. Nach Tara ist auch richtig cool. Aber ja. So. Aber das auch abgehakt. Ich hatte dann vor, um mal kurz meine Gedankengänge zu evaluieren. Ich wollte ein Evoli-Deck machen, weil ihr habt mir geschrieben, ja, mit Evoli kann man richtig geile Sachen machen. Aber ihr seht, ich habe halt ein paar Evolis. Okay. Aber ich habe nur zwei Evoli-Entwicklungen. Einfach nur Aquana und Blitzer. Und die sind jetzt nicht so stark. Also vor allem das Aquana ist halt wirklich nicht stark. Aber ja, irgendwann mache ich auch nochmal ein Evoli-Deck. Da habe ich nämlich irgendwie Bock drauf. Dann habe ich mir überlegt, yo, kannst du mal ein verrückte Party-Deck machen? Weil das sieht auch richtig witzig aus. Weil ich die Denne gesehen habe. Und die Denne sieht halt einfach knuffig aus. Ich wollte ein neues Deck haben. Und seine Attacke ist halt auch richtig krass. Klar, kostet drei Energie. Aber für jedes Pokémon, das die Attacke verrückte Party hat, das in deinem Ablagestapel ist, macht man einfach 20 Schadenspunkte mehr. Wie krass ist das denn? Und wenn du dann einfach dein ganzes Deck voll hast mit verrückte Party, dann machst du ja richtig den Damage. Aber ihr seht auch wieder, ich habe nur zwei Pokémon, die verrückte Party machen können. Und die wäre nicht so ganz geil, aber kommt vielleicht in der Zukunft auch nochmal. So, und jetzt haben wir schon wieder viel zu lange rumgelabert, ohne überhaupt irgendwas zu machen. Gucken wir noch ganz, ganz kurz in mein Deck rein, das ich heute benutzen werde. Es heißt Klötze. Und es ist einfach ein Wasserkampf- bzw. Erde-Deck, wie ihr seht. Und ja, also die Wasser-Pokémon sind eigentlich nur, keine Ahnung, warum die eigentlich da drin sind. Ich fand die witzig und ich habe nicht genug Erde-Pokémon. Ich brauche doch irgendwann Kickli, damit Nocchan krasser wird. Aber irgendwie bieten die Leute Kickli immer nur für viel zu krasse Sachen an. Und dann kriege ich den aber nicht. Das hier sind meine Haupt-Pokémon in diesem Deck. Ist jetzt nicht die krasseste Taktik oder sowas. Sondern ziemlich Haut drauf. Meine Taktik wird es eigentlich sein, relativ früher Kaguron GX zu bekommen. Dann seine GX-Attacke einzusetzen. Dadurch kann man seine ganzen Preiskarten nämlich auf die Hand nehmen. Dann hast du schon mal sechs Karten mehr auf der Hand. Kannst damit mehr Sachen machen. Und dann sehe ich das halt auch stark. Der stirbt mir meistens allerdings weg. Dann kriegt der Gegner zwei Preiskarten. Und das ist aber trotzdem alles cool. Und besiegen tue ich den Gegner dann meistens mit Humanolith V. Beziehungsweise seine Weiterentwicklung. Humanolith V-Max. Also die V-Max Form von denen halt. Und der ist nämlich auch richtig krass. Weil er kann sich immer heilen, wenn man so einen Stein an ihn ran packt. Also kriegt man dann ganz schnell auch seine drei Energiedinger hin. Dass er dann 200 Schaden machen kann. Und dann haut man halt die Gegner einfach weg. So und ihr seht, ich habe hier auch noch die Erihornior V, Brutalander V, Bodecamo V. Einfach alles, was krass aussieht, reingepackt. Und die habe ich auch alle tatsächlich gezogen von dem Epic Nagato. Und ja, dann noch ein paar Trainerkarten, die mir eventuell helfen können. Mal gucken. Ja, das ist mein Deck. Mit dem werden wir heute spielen. Ich habe jetzt viel zu lange rumgelabert. Wir spielen jetzt einfach mal und gucken, was passiert. Okay, also das erste Match war voll für die Tonne. Ich weiß auch nicht. Immer wenn ich aufnehmen, ist das erste Match richtig schlecht. Wenn ich normal privat spiele, dann gewinne ich eigentlich sehr, sehr häufig. Und aufnehmen würde ich nicht. Also ich hatte halt am Anfang nur ein Pokémon. Das hat er dann vernichtet und dann war ich halt tot. War nicht ganz so geil. Eigentlich habe ich immer mega Glück mit meinen Handkarten. Jetzt auch schon wieder nicht. Ich habe einfach nur mein Erihornior V. Was will ich denn damit? Ja klar, Erihornior ist schon stark so, sobald er seine drei Energiedinger hat. Aber ansonsten kann der jetzt auch nicht so viel. Oh, dafür ist leider ganz cool. Sobald wir zumindest... Also wenn ich jetzt zumindest noch ein zweites Pokémon irgendwie bekommen könnte, wäre das ganz, ganz supi. Da gibt es ein Feuer-Normal-Deck. Da bin ich mal... Okay, ja, normal, normal. Das stimmt soweit schon mal. Hey, und wieder richtig Pech. Ich kriege einfach kein zweites Pokémon. Wie viel Pech kann man denn haben, dass man nicht zwei Pokémon am Anfang hat? Da fühle ich mich immer so richtig unsicher, wenn ich nur ein Pokémon auf dem Schlachtfeld habe. Weil sobald das ja tot ist, hat man einfach verkackt. Normalerweise habe ich immer meinen Humanoiden. Und bin dann richtig cool. Hol mir meine sechs Preiskarten ab. Und dann geht alles toll. Weil ich halt auch richtig viele Trainer- und Itemkarten habe, womit ich mir meine Pokémon da alle holen kann. Aber jetzt... Ich kriege einfach gar nichts, Leute. Ich kann... Ich kann einfach gar nichts... Okay, er teilt seine... Seine Energien auf, die by the way Feuer-Energien zumindest sind. Oh, Humanoid V-Max haben wir zumindest schon. Das ist natürlich wieder was anderes. Kann ich zwar auch nicht ausspielen, aber immerhin. So, hier. Dann war Schlagohr. Das ist sein Volli zumindest schon mal weg. Oh, Leute. Wir waren sogar in der Schwäche. Oh, und ich kriege wieder neue Energie. Ich hoffe, mein Humanoid ist nicht in den Preiskarten drin. Das wäre richtig kacke. Und wie dieses... K-Kagu... Kagu-Mon? Wie heißt das? Ich habe diese neuen Pokémon wirklich gar nicht drauf. Wenn das auch in den Preiskarten ist, dann habe ich halt richtig verkackt. Normalerweise habe ich immer eine Itemkarte. Kann in meinem Deck nachgucken, was da so für Pokémon überhaupt drin sind. Und dann weiß ich, wie ich zu spielen habe. Oh, natürlich hat er einen Glurak. Jeder, der ein Feuer-Deck hat, spielt mit Glurak. Okay, wir haben zumindest mal ein zweites Pokémon. Das ist schon mal positiv. Wir könnten noch eine vierte Energiekarte auf Rehorn überpacken. Also, rein theopraktisch sollte ich ihm das schon geben. Ich gebe ihm mal eine Wasserenergie einfach vor so Lulz. Und mache trotzdem Schlagbohrer, weil... Langt ja, ne? Langt ja, langt ja. Ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Wieder eine Wasserenergie. Mann! Das ist doch super lame. Sowas will ich dann noch nicht hochladen, wenn ich ihn jetzt einfach so wegmache. Sein Glurak sieht cool aus. Was kann der denn? Der ist aber nicht so doof wie dieses Delion-Glurak, nicht wahr? Dass er immer stärker wird, umso mehr Delion-Karten er hat. Und er muss sogar seine Energien weglegen, wenn er angreift. Das ist ja richtig die blöde Karte. So, hier, ja, endlich. Wir können mal nach einem Pokémon suchen. Die meine ich. Jetzt können wir endlich mal gucken, ob meine... Guck mal, die sind tatsächlich beide da. Dann brauchen wir ja Karguron nicht. Karguron ist immer mein Backup, falls Humanoid oder Humanoid-V-Max im Reisstapel sind. Aber dann nehme ich mir einfach meinen Humanoiden. Dann ist das ja alles so nice. Dann habe ich ja beide Standard-Karten hier. So, let's go. Jetzt wäre richtig geil. Achso, ja, da können wir erst in der nächsten Runde einsetzen. Okay. Aber dann könnten wir alle Erdenergie-Karten, die wir auf den Ablagestapel tun, auf unsere Pokémon raufpacken, die auf unserer Bank sind. Das ist richtig stark. Oh, egal. Den machen wir auch auf jeden Fall. Wecht, Schüchdum-Isel. Voll der Sad-Boy. Er kann ja nicht mal irgendwas machen. Oh, nein. Voll der arme Boy. Das ist voll der arme Boy. Wir entwickeln den auf jeden Fall. Und ich glaube, wir setzen trotzdem Seide ein, weil, why not? Vielleicht, ja, da war zumindest eine Karte dabei. Geben wir unseren Humanoiden. Dann kriegt er noch seine dritte Karte. Und wir setzen schweres Felsgestütz ein. Ach, Mann, aber das ist ja wirklich richtig lame. Wenn er jetzt kein Pokémon hat, das auf seine Bank liegen kann, dann hat er eh schon verloren. Und wir dürfen sogar zwei Preiskarten ziehen, weil das eine V-Karte ist. Oh, er kann nichts machen. Nein, das ist ja super lame. Aber ich finde das immer blöd, wenn man den Gegner dann zappeln lässt. Deswegen. Na toll. Cool. Zwei richtig langweilige Matches. Geil. Das erste war langweilig, weil der mich einfach in der zweiten Runde quasi getötet hat. Und dieses hier war langweilig, weil der Gegner auch nichts wirklich machen konnte. Ja, dann hänge ich noch eins dran, Leute. Für euch. Huh, Brutalander. Endlich mal ein paar Pokémon auf der Hand. Komm, wir haben Kommandutan von Anfang an. Ich finde den so witzig. Vor allem, ich habe ja extra Shiggy auf mein Deck draufgepackt, hier auf meine Box. Und dadurch denken die Gegner eigentlich immer... Oh, ja, 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 aber ich will... Ah, nein, hier, Kommandutan soll vorne hin. Oh Gott, was habe ich gerade gemacht? Äh, egal. So, dadurch denken die Gegner immer, dass ich ein Wasser-Deck habe. Und dann sagen die immer, wenn ich die Attacke hier einsetze, dass ich ein Wasser-Pokémon gerade zeige. Aber meistens zeige ich dann einfach ein Normal-Pokémon oder ein Kampf-Pokémon. Dann darf ich vier Karten ziehen. Richtig witzig. So spiele ich mit dem Brain meiner Gegner. Ich bin richtig der Brain-Fucker oder so. Zumindest glaube ich das von mir. Ja, ja. Oh mein Gott, ein Relax-OV. Das einfach viel zu überbelichtet ist. Alter, Verzehrer ist ja richtig stark. Heile bei diesem Pokémon genauso viel Schaden, wie du dem aktiven Pokémon deines Gegners zugefügt hast. So, wir setzen das Poké-Kind ein. Gucken, ob wir unsere ganzen... Ja, wir haben alle drei. Ich meine, immer wenn ich alle drei habe, dann nehme ich einfach Mandoid, Leute. Dann brauche ich Kagu, Kagu-Gon nicht. So. So, jetzt hat er den gesehen, ne? Den ich gerade genommen habe. Finde ich ja vielleicht gar nicht so schlecht. Egal, wir setzen nochmal den Poké-Ball ein. Oh, wir dürfen uns sogar noch eine Karte holen. Dann nehmen wir doch den Mandoid wie Max. Ich bin doch kein Vollidiot. Ah, jetzt ist die Frage. Setze ich die Attacke von Kommandutan ein oder packe ich gleich alles auf Mandoid, damit ich Damage machen kann, weil ich habe echt Angst vor Relaxo. Er macht aber auch nur 170 Damage so, ne? Ach, Moment, guck mal, er hat sogar Schwäche. Er hat Schwäche, genau das, was wir haben. Na, dann sind wir sowieso auf der Safe-Seite, oder? Äh, ich, ich, ich gebe den Rätsel des Waisen-Typen hier das. Ich will ihm ein paar Karten auf die Hand haben und jetzt zeige ich dem, wie ich mein Wasser-Pokémon. Jetzt bin ich gespannt, was er macht, weil eigentlich hat er ja gesehen, dass ich Humanoid wie Max noch aus dem Deck geholt habe. Und ja, er hat falsch geraten. Die sind da immer falsch, immer. Es ist so funny. Ich liebe es. Und einfach vor so lulzt, wieder Rätsel des Waisen. Und ich zeige... Zeige ich wieder Wasser? Ich meine, er hat noch kein Wasser-Pokémon von uns gesehen. Woher will er denn wissen, dass wir Wasser-Pokémon haben? Er kann dann nur an unserem Deck hier erkennen. In seinem Kopf müsste jetzt eigentlich sein, yo, der hat hier nur, äh, Gestein und Normal-Pokémon. Warum sollte er Wasser nehmen? Er hat... Wir haben weder eine Wasser-Energie an irgendwas angelegt, noch einen Wasser-Pokémon irgendwann mal gezogen oder hier auf die Bank gelegt. Ja, er war wieder falsch. Das ist aber auch unfair. Ist halt wirklich unfair. Und ich kann einfach so viele Karten dadurch ziehen. Das ist krass. So, er wird gleich natürlich Damage machen. Er wird sich aber zumindest nicht heilen, weil wir ihm noch kein Damage gemacht haben. Das ist eigentlich positiv. Wenn wir mit einem Schlag 220 Leben abziehen könnten, das wäre richtig geil. Aber wir kommen nur auf... Doch, doch, ja, easy. Wir kommen auch easy auf 200. Mann, ich vergesse immer seine Schwäche. Ja, moin. Wenn er den gleich tötet, dann ist er einfach tot. Das wäre richtig dumm von ihm, to be honest. Wir holen uns noch ein paar Unterstützungskarten. Also, wir können das aktive Pokémon tauschen von dem Typen. Aber warum nicht? Dann nehmen wir noch eine Heilungskarte mit. Und sei das eigentlich auch mal ganz geil. Nochmal, Rätsel des Weisen. Mal gucken, vielleicht kommt er jetzt drauf, dass wir ein Wasser-Pokémon auf der Hand haben. Blö. Es ist unfair und ich kann so viele Karten ziehen. Wir haben jetzt einfach schon zwölf Karten gezogen wegen dem Scheiß. An sich wäre es ultra dumm, wenn er jetzt angreift. In meinem Kopf... Oh, er kann ihn sogar entwickeln. Zu Wati, aber der kann ja auch nichts. Aber wahrscheinlich hat er schon die dritte Entwicklung, gell? Das ist die Frage, ob er angreift oder nicht. Die Rückzugskosten für Kommandutan sind einfach viel zu hoch. Er greift an. Das ist... Das ist... Leggedum von ihm, I guess. Klar, er kriegt jetzt eine Preiskarte, aber... Naja, Humanoid ist jetzt drin, gell? Und da vernichtet ihn einfach mit... Mit One-Hall... Mit One-Shot. Oh, Boy. Sorry, Boy. Sorry, Boy. Und wir könnten an sich eigentlich nochmal Seide einsetzen. Einfach vor so Lulz. Vielleicht sind da ja ein paar... Ah, nur eine. Ich glaube, ich gebe das Medi-Tea. Warum nicht? Und dann einmal... Mit Deine Brocken. Dankeschön. Tot. 400 Damage. Bam. Da haben wir aber auch Glück, dass das wirklich seine Schwäche war. Da das eine V-Karte ist, kriegen wir natürlich mehr zwei Preiskarten. Nice, nice. Meine Hand ist viel zu... Viel zu voll hier. Ist jetzt wieder relativ langweilig, weil er jetzt kein Pokémon hat oder das noch entwickelt. Entwickelt ist ja... Ja, war klar, dass er es hat. Ampharos. Das aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt verwirrt. Oh nein, bitte nicht. Tue das nicht. Bitte. Ach man, er hat auch schon wieder voll Pech. Guck mal, sein... Die Schwäche ist einfach genau das, was mein Deck ausmacht. Dehlastend. Oh nü, ich bin verwirrt. Wie doof, dass ich eine Pokémon-Center-Dame habe, die einfach alle speziellen Effekte wegmacht. Oh, tut mir so leid, der Typ. Er tut mir so leid. Oh nein. Ach man. Wieder 400 Damage. Nicht so krass. Aber ja, so läuft das eigentlich meistens. Also ich habe dann irgendwann ein Humanoid V-Max und damit mache ich dann alles kaputt. Und jetzt hat er noch einen Lugia, der aber auch leider gar nichts kann. War eine gute Idee mit dem Verwirrtsein. Aber ja, dafür habe ich halt die Pokémon-Center-Dame. Okay, er holt sich sein Relaxo wieder. Den wird er jetzt... Ja, ja, den wird er auch sofort wieder hinpacken. Relaxo ist also sein Ding, ja? Das ist seine Hauptkarte in seinem Deck. Aber er hat doch... Das ist doch dumm. Er hat doch gesehen, dass er Schwäche hat. Ich weiß nicht so ganz genau, was er vorhat. Und ich werde das auch gleich veralten, was er hier vorhat. Hier, Pokémon-Tausch. I'm so sorry, aber ich muss den Relaxo töten. Bevor der gleich irgendeinen Bullshit macht. Und jetzt darf ich einfach wieder zwei Karten ziehen, weil das ja wieder eine V-Karte ist. I guess, das haben wir dann damit gewonnen. Oh, er macht nicht mal irgendwas. Ja, okay, ich erlöse dich. Ich greife instant an. Trotz Resistenz langt das. Ach, Mann. Ja, gut. Das waren jetzt zwei nicht so ganz krasse Matches. Und das allererste, das ich rausgeschnitten habe, das ich gar nicht mitbekommen habe, da habe ich halt instant verloren. Äh, oh. Wir kriegen ein neues Pack. Tut mir dann leid, Leute, dass das heute so ein bisschen komisch war. Aber ihr habt mein Deck gesehen. Es ist jetzt nicht das Krasseste. Weil mir aber auch einfach noch ein paar Karten fehlen. Ich habe euch aber meine Karten gezeigt. Nochmal danke natürlich an den Epic Gamer für deine Codes. Was ich immer noch nicht verstehen kann, warum du mir einfach nach nur zwei Folgen so richtig viele Codes schickst. Die kosten ja auch Geld und so, weißt du? Und ja, vielleicht habt ihr ja noch Ideen, was ich mit meinen Karten machen kann, die ihr da gesehen habt. Ich öffne nochmal ganz kurz das Booster-Pack, das wir gerade bekommen haben. Und drinnen ist... Nix Neues! Ja, geil! Habe ich alle schon. Warum noch ein Dokchan? Kann das nicht einfach noch ein Kickli sein oder so? Ey, geil! Noch ein Commandutan, den ich noch nicht hatte. Aber der ist schlechter. Oh, der sieht interessant aus. Sehr wohl wie. Cute! Na gut. Dann soll es das aber für heute gewesen sein, I guess. In Zukunft Möchte ich dann auf jeden Fall noch probieren Ein Evoli-Deck, wie gesagt, zu machen Oder halt so ein verrückte Verrückte-Attacken-Party-Dingsbums Deck zu machen, mal gucken, ob ich das irgendwie hinbekomme Und bis dahin Hoffe ich euch, hat dieser Part trotzdem gefallen Bis zum nächsten Mal And gonna catch them all Und so, ne? Tschüss Outro